Nein! Nein! Ich wollte keine Feuerlufe haben! Schon, ich schon. Du hast den P-Switch geklaut. Gib zu. Ne, du? Okay. Was machst du? Wir hatten noch keinen Checkpoint, gell? Doch. Echt? Wo war deine? Genau da, wo wir jetzt rauskommen. Achso. Interessant. Du musst genau hingucken, dann siehst du. Schlucke. Achso. Ich verstehe. Nein. Dann lass ich's mal sein, gell? Dann lass ich's auch mal sein. Ich hab mich erst mal töten lassen, intelligent. Okay. Ich springe um die Kästchen, weil das lustig ist. Ja. Denn was anderes kann ich nicht. Hast du eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ja. Warte mal auf, ihr Käferwolken. Die P-Switch hat wieder weg. Die hat gut eingefallen. Ich weiß auch, wie ich von der Stunde 14 Leben hatte und jetzt. Ja. Hier traust du gar kaum in der Suche. Ja, guck mal! Hier ist die Labandel wieder. Ja. Achso, wir hätten da wirklich eben laufen können mit P-Switch. Ja. Ah! Ah! Nein! Was? Ich hab mal nur gedrückt. Ich weiß es ganz genau! Wie ist das eigentlich runtergelaufen? Ich bin runtergefallen. Es hat mich zur Seite geschoben. so siehst du aus ja genau so sehe ich aus oh mein Gott ich habe gut werden die aus dem Jahr aber nur weil ich bin er kann ein reichelte ich den Medien vorzunehmen bei starkem Gewitter Ja, genauso wie Lassi. Da, Tobi! Ist toll! Das schminkt doch alle schon! Was ist denn das? Ich bin gerade, das wird reingerutscht dann wieder. Jaja! 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 Good night! Na gut. Derpface. Was? Derpface? Ja, genauso wie du. Okay. Wenn du keine Maske auf hast. Ich bin ein Ninja! Hi! Ich bin ein Flaming Rainbow! Aaaaaaahhhhhh! Komm, du, wenn du jetzt stirbst, ist es immer Game Over, dann müssen wir... Oh nein! Drück bitte mal A! Obwohl, bringt das was? Du A triggst? Warum denn? Obwohl, es ist ja scheißegal, ob wir Game Over gehen. Wir haben ja die Level alle schon mal gespielt. Geh runter! Das läuft nicht auf! Ich wollte gerade wieder drücken! Ich wollte gerade mal auf diese blöde Wolke drücken! Ja! Guck mal! Ich bin Eckpahler! Schatz! Ja, siehste mal! Oh! Die lassen mich keinen A-Button drücken! Guck mal, jetzt bist du wieder im Welt 1-1! Ja, ja! Es wird nicht vorgeschummelt in Welt 8! Ne, mach schon nicht! Wolltest du aber schaust! Schlau! 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 Nur weil du es nicht drauf hast! Du ist genauso wie dich drauf! Tja, aber das sind meines Kills! Gumba! Das Spiel nicht drauf haben! Dafür bin ich geboren! Was ist denn da oben drin? Geh da mal ein weiter! Doch! Ja! Es gibt mehr Scheintag Horsemen Luis, du bist wirklich Schlau! Zoller die Dicke fette Qualität ja kommen wir ohne mich weiter in den Löffel alles klar auch nicht Schatten der Fliegerstelle zwei Stellen feiern die Beschränkungen du hast mich an der Weiserschein ab Warte, 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 warte. Jetzt! Dammel ein! Das war ein Pfeil, das heißt der Obo ist noch was. Hüff! Mehrisschrack! Hüff! Ah shit, ich hätte ja die Weihblumen bekommen. Ich hab ein bisschen reaktiviert. Äh, ich nicht, du bekommst ja was nicht. auf einmal sind wir wieder hier durch war ja auch nicht so schwer da haben wir ja aber auch nur weil du die flieger kaputt hast so jetzt lauf Klaus Diener Lauf genau bescheuert hat er doch nicht was ich weiß nicht kommen ich bin auf dem Kumpel das ist auch Kumpel-Panzer ausgerutscht wenn man über den Bank Seit eben. Das war ein Special-Kyle-Gombau. Das leuchtet mich natürlich ein. Haha, den hab's ruhig gut gelassen! Tja, du wolltest auch mit deinen Skills wiederunter dabei stellen. Ich hab gedacht da kommt auch was, was bestoppt! Jaaaaaaaaah! Ohhhhhhhhhh! Ich hiee! Ich habe das Gott gerade! Tja. Du hast's drauf! Sag ich mal so ungefähr. Hab ich gemerkt? Nein, hast du nicht. Na gut. Genau. Dann lüge doch. Genau. und sie dann können ich bin üblich und einiger vor der dritte das war der dritte ist und das ist ein riesen ja wir sind eigentlich von dieser Domas und Fetischisten hierbei bei bei um was für mich nein bei allem was für mich bei der Bosa Familie roma ist grainy nein guck mal das sind das sind Koopa ich glaub du nützt, bitte in bonefit guck mal der lacht dich aus ich hab's gemerkt chill halt ich hab's gemerkt guck mal hier das ist ein Hyperspump ha ha du cheater ey ja ich wär da gleich wieder voll reingesplatscht ja das stimmt ho der war knapp hey lass mich doch los toll ach schul schul der hat der hat der Wortmode sie der hat Hertha Pommes über den Hunger gegessen sieht man diese Pommes hieß aber ja ja wie lange ist das Ding da unten ist im Ziel Das ist gut, gell? Ungefähr. Mir scheißegal, da geh ich nicht hin. Ich hab Schiss! Los, geh weiter! Also, ich hab nicht dich gemeint, sondern... Dröne-Dings. Jesus Christ! Ich hab ja jetzt vorhin gelernt, das ist Tobis Nachbar, gell? Ja! Alter! Geht das gut? Geht das gut? Oh! Das ist klein bin! Komm ey, wer hat denn so viel gekifft bei Nintendo? Du. Für dieses Level. Durchrennen, 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 durchrennen! Nein! Durchrennen, 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 durchrennen! Da bin ich jetzt durchgegangen. Siehste mal, nur weil ich dich da durchgeschoben hab. Ja, ich hab's gemeint. Scheiße! Wieso holst du mich denn in der Duft wieder? Du hast mich ja den fliegen lassen! Den fliegen lassen! Da fliegen wir wieder Zimmerman! Da fliegen wir mit den Zimmerman! Da fliegen wir wieder! Da fliegen wir wieder! Fliegen wir mit der Fliege und der Fliege... Fliege... Jawoll! Ich habe wenigstens in die Mitte getroffen, ja? Ja. Ja, ich habe elegant das Äußere gestreift, wenn ich das so sagte. Ja, dein Dildo hat nicht getroffen, mein schon. Guck mal! WTF MAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN! Auf! Toll. Genauso macht man das nicht. Aha, aber du kannst besser, ja? Ja, siehst du? Warte doch jetzt! Sie schämen wieder alle Items. So ein McRib oder was? Ja. Ich bin ein McRib-Menschen. Fettsack! Fettso. Alter, wie der Wabbel schwabbel. Wie der Wabbel schwabbel? Ja, wie der Wabbel schwabbel. Hör auf! Du schiebst mich immer in die Doom hier. In die Doom. In die Doom of death. In die Doom of death. Und dann sag ich, Käse-Sonne! Schmeckt gut! So, jetzt! Jetzt! Jesus Christ, renn weiter! Ich hab Stoff. Den Abbrauch. Komm her, ich brauche noch Chatter, das ist Rückendeckung. Labern! Scheiße! Leiter! Du bleib! Nein! Komm, wir müssen die Münzen da rippen. Oh, das gibt's doch nicht, ey! Mario und sein fette Pfuhpanzer da. Der Panther. Du ich! Panther! Ich begrüße Sie! Das war fisch! Was machst du denn? Ich hab's doch nicht! Warte, hör zu dem Pfeil! Was ist denn das? Warte! Du in den Fettensburg Pöschender. Wollen wir wetten, da wo ich vorhin gestorben bin, war kurz danach im Checkpoint. Das ist immer so. Was tust du denn? Scheiße, ich konnte mich nicht mehr wückeln. Was machst du? Warum krepierst du einfach so sinnlos im Spiel? Weil der immer weiterrutscht, wenn er nicht weiterrutschen soll. Ich hab Schiss, den da zu besiegen. Meine Tür. Was ist, wenn der hinterher jetzt ein Secret-Item war hier? Scheiße! 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 Genau das denke ich dir auch immer. Oh Gott! Jetzt müssen wir den Herbert 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 als Midgets besiegen. Den Ludwig. Den Kamek schmeißt jetzt wieder mit Playstation. Der ist hässlich. Der ist hässlich. Guck, guck, guck. Komm jetzt, da. Dreieck, Kreis. 4-Eck. Genau auf X. Du Scheiße, das war der Mist. Nein, das war der Mist. WTF? Bleib, bleib, bleib am Leben! Okay. Nein. Mach das nichts. Wo kommt der? Wo kommt der? Was tust du? Komm schnell! Komm schnell! Komm schnell! Was machst du? Ich hab Schiss! Ich hab Schiss! Ich bin deine Rückendeckung. Du Scheiße! Ganz gut, Tobi. Ich hab Schiss nicht. Los, noch rein! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Nein! Komm schnell! Komm schnell! Komm schnell! Komm schnell! Ich bin ja bei mir, ey! Was tust du? Ich rutsche da immer runter. Ich weiß auch nicht. Ja! Ich hab mich was getraut. Ich hab's hingekriegt. Nein! In deinem Felspiel! Felspiel? Was ist denn ein Felschspiel? Dankeschön. Ja, Tobi hat gerade irgendwelche spastischen Zuckung. Ja, ich hab dir einen abgetrubbelt. Du bist eine Felsesau. Ja, das kann ich wenigstens. Okay, jetzt haben wir diese Welt durch. Auf geht es! The Paydeck.